hallo und herzlich willkommen ich bin es wieder euer topsen und willkommen zu einem nächsten video ich bin gerade nach hause gekommen sprich um 19 uhr und heute mache ich mal ein kleines trickshot video beziehungsweise übe ich ein bisschen das schneiden und so immer vorwärts rückwärts so ein paar schnitt techniken und sagt einfach mal wie es euch gefällt heute kommt an sich erstmal kein video mehr und morgen kommen dann wieder die fünf dümmsten gesetze da würde ich mal sagen legen wir los so 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 so